Wir haben uns wirklich sehr gefreut, Martha und ich dieses Konzert zu spielen. Es war gedacht natürlich, auch hauptsächlich für Kinder. Deswegen möchten wir beide, die Kinder, die dazu Lust haben, jetzt mit uns sozusagen auf der Bühne zu kommen, für die Zugabe. Bitte nicht Kinder über 25 Jahre alt. Bitte schön, hier, hier, überall. Überall. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020